Entschuldigung für das Wortspiel, aber Herr Maaßen bleibt maßlos. Der Chef vom Bundesamt für Verfassungsschutz fordert erneut mehr Mittel und Kompetenzen. Die hat er übrigens nach dem Totalversagen im Nazi-Morddesaster NSU bereits bekommen, dank CDU, CSU und dank SPD. Ich bleibe dabei, Geheimdienste sind Fremdkörper in der Demokratie und unkontrollierbar.